Im Alpha-Kanal werden Informationen zur Transparenz der einzelnen Pixel gespeichert. Über einen Alpha-Kanal können Bereiche im Bild ausgestanzt werden. In EDIUS wird bei dem Effekt Chroma Key der Alpha-Kanal jedoch nicht für den Dateiexport und beim Verschachteln von Sequenzen unterstützt. Es besteht jedoch trotzdem eine Möglichkeit, eine Datei mit Alpha-Kanal zu erstellen. Für das beste Ergebnis stellen Sie die Auflösung und die Framerate in der Projektvoreinstellung wie beim zu keyenden Clip ein. Wenden Sie nun den Chroma Key auf den Clip an. Stellen Sie den Keyer wie gewünscht ein. Legen Sie einen weiteren Clip in die Videospur unterhalb des gekijten Clips. Nun sehen Sie, dass der vorher grüne Farbbereich transparent ist. Dennoch hat EDIUS keinen Alpha-Kanal erstellt. Dies können Sie wie folgt überprüfen. Aktivieren Sie im Menü Ansicht – Alpha-Kanal anzeigen. Das angezeigte Bild ist weiß. Eine vorhandene Alpha-Maske würde schwarz dargestellt werden. Der Clip beinhaltet also keine Alpha-Maske. Diese lässt sich jedoch wie folgt erstellen. Gehen Sie in die Einstellungen des Chroma Keys. Aktivieren Sie die Option Key anzeigen. Markieren Sie den Clip mit In- und Out-Punkt. Klicken Sie nun im Menü auf Rendern – Rendern und zur Timeline hinzufügen. Alternativ können Sie auch Shift und Q drücken. Nun haben Sie auf der Timeline einen gerenderten Clip in Schwarz-Weiß. Ziehen Sie den neu erstellten Clip per Drag-and-Drop in das BIN-Fenster. Markieren Sie nun den ursprünglichen Clip sowie den neuen Schwarz-Weiß-Clip. Wählen Sie via Rechtsklick die Option Umwandeln – Alpha-Matte aus. Überprüfen Sie, dass bei Fill Key das Original-Video ausgewählt ist. Der Schwarz-Weiß-Clip ist eine Maske. Helle Bereiche bleiben erhalten, schwarze werden transparent. Es handelt sich also um eine Luminanz-Matte. Wählen Sie unter Format Umwandeln entsprechend Luminanz-Matte aus. Speichern Sie nun die Datei an einem beliebigen Ort ab. Wenn Sie nun die neue Datei in die Timeline legen und die Option Alpha-Kanal anzeigen ausgewählt ist, wird Ihnen dieser korrekt angezeigt. Der freigestellte Clip kann problemlos in neue Projekte importiert und dort verwendet werden. Hier kommen Sie zum nächsten Podcast. Abonnieren Sie hier unseren YouTube-Kanal. Mehr Tipps und Tricks gibt es in unserer EDIUS-Podcast-Playlist. Weitere Infos zu EDIUS, passende Plugins, Lernkurse, aktuelle Downloads und vieles mehr finden Sie auf EDIUS.de.